Soll ich mal die eiserne Atmosphäre brechen? Wasser! Oh Gott. Man muss es nur können. Aha. Aha, man muss es nur können. So, dann räume ich die Flasche mal wieder weg. Da hin muss die, ja? Warte, warte. Wir gucken gerade im Stream die Wiederholung. Das ist dein Arsch. So. Komm Premium Bänder. Was? Oh, oh, oh. Cool. Das ist geil. Oh, wir haben Plus gemacht. Ich habe meine Haare mit eingeklemmt. Jetzt höre ich nichts wegen meinen Haaren. Schön. Und wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert? Rittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitt Das ist der Sonne der Polizei. Warum? Weil wir gerade einen Monatsanfang haben. 18. Aber ich habe gar keine Information bekommen, dass es streamt. Das war eine Nachricht, dass Flo ein Video hochgeladen hat. Ich habe tatsächlich keine Nachricht bekommen. Wow. Doch, habe ich wohl. Doch! Und? Spiral. Aha. Und jetzt brauchen wir irgendwas mit Kohle. Ah, oh! 90 Tage. Fünf, achst du da. 3000. Können wir das etwas stemmen? Keine Ahnung. Aua. Wir können ja nochmal was anderes starten, ne? Was können wir denn noch gebrauchen? Lonely Balloons. Wir haben nur immer noch, nur noch einen, ne? Nein, wir haben mehrere Getränke. Ja, jetzt haben wir noch mehr. Okay. Jetzt haben wir viele Getränke. Wir bräuchten vielleicht, ähm... Keine Ahnung. Nein! Was? Hat gerade wer gekündigt? Nö. Nö. Warte. Dachte... Ich meine, das hätte... Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich dachte gerade, hätte irgendwer... Doch, hat gekündigt. Man, hast du die denn hier gebaut? Ich hatte aber für alle drei gekündigt. Für alle vier... 3... 3... 4... 6... 8... 35! Jetzt haben wir für alle wieder welche So Denk dran, dass du noch Geld für die Bahn brauchst Ja, wir haben 23 days Stimmt, die kostet auch so viel Ah, das geht alles wieder rein Wir machen ja nur 1000 minus 2000 minus Ah, ist richtig gut, ne? Ja So, alter Ja, das riecht nach Brötchen mit Äh Alter, Butter Aldi, Oli Ja, oder sowas in die Richtung So Oh, wir haben noch Rüppchen zu Hause Oh, alter auf Glaube ich zumindest Stimmt gar nicht Wir haben kein Rüppchen mehr Oh 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 ja sehr schön was ist denn fertig was haben wir denn so wenig was haben wir denn davon schon geballt wir haben hot dog und pizza pen schon gebaut und was noch hot dog hatte ich gerade gesehen hat mal pizza pen noch nicht ja genau perfekt hier durch geflogen kommt so und jetzt sollten wir es haben hat er gesagt da ist sie 28 stelsen brauchen wir ja dies lässt sich doch machen wir brauchen noch darlin stalingrad wie viel kostet das ding 28.000 ja okay dann nehmen wir den hier möglichst wenig im monat bezahlen müssen wir nur noch ganz kurz wachten beide leute haben gekündigt schon wieder welche warum spielen wir eigentlich voll gesappert okay ja dann tipp du so aber nicht nein abbrechen so alter die sieht geil aus die passt hier voll gut rein ja guck mal es qualmt der park brennt das ist halloween das ist halloween da war sie kurz da 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 komm schon kein geld oh oh genügend geld oh ey pause wir sind nämlich pleite nein wir haben noch 65 dollar dann gehe ich einmal in den supermarkt und dann sind die auch weg so jetzt kümmere ich mich gerade um die läden hier hat noch alles offene 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 offen offen jetzt was anderes ist ja nur ein fahrzeug drauf na gut ist auch eine kleine map ich gehe immer davon aus dass der eingang irgendwie dahin soll und der ausgang stalingrad warum hast du ihn gerade geklaut was was geklaut keine ahnung irgendwas geklaut du sagst es stalingrad oh da war ich jetzt zu langsam ja und dann wird es nicht mehr lustig wenn man ihn erklären muss der war nicht lustig lily ich weiß ey wie soll man denn hier rauskommen welcher kackspast hat das denn gebaut weiß ich nicht wir sind auf die kack Idee gekommen runter runter schön hier an der Blümchen die schweben bisschen die Blümchen ne ach du scheiße warte mal vielleicht musst du die Bahn ein bisschen runter setzen ja und jetzt müssen wir nochmal 28.000 einsparen mein Scherz äh ey was ey ach so der ruft das ne ja ich kann das nicht hören deswegen so x wie pflanzt man bäume jetzt hast du gerade einen Baum vor die Toilette gepflanzt ich weiß auch jetzt noch wie wir das gerade eben stehen haben so hat man das gerade eben stehen Akazie stirb dran das ist Akazien was 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 ach guck mal das biegt sich hier genau um diese Kurve rum als ob wir das vorher geplant hätten als ob es dafür gemacht wäre wir haben das aber nicht geplant das wäre zu schön gewesen wenn wir das dafür geplant hätten wir haben das geplant so jetzt ist alles im Boden drin lass mir gucken nicht hingucken einfach einfach lassen da du sollst durch den Stein bauen da okay ach so auf die Details sind dann hinter dem Berg steht da jetzt irgendwie oh da sind kleine sind das kleine Drachen keine Ahnung ja jetzt ist Ansgar aber nicht mehr da ja jetzt ist aber Ansgar nicht mehr da ist einer kommt wieder heimlich zu und sagt wieder nichts die Sau ich muss wieder aufhören zu beleidigen Lilly auf Ansgar zu beleidigen ey ich kenn ihn gar nicht ey doch kennst du natürlich kennst du den zumindest kennst du den dann wenn ich nach Düsseldorf fahre dann kommst du nämlich mit okay was will ich denn in Düsseldorf Ansgar besuchen aber was will ich in Düsseldorf Ansgar besuchen was ist Düsseldorf Ansgar was will ich in Düsseldorf wir haben nicht genug Geld ähm ähm bau mal gerade stimmt das funktioniert immer noch nicht also wir haben wir machen die später länger äh guck mal dieser Baum verpiss dich so oh das war gut da 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 hey nein ich glaub nicht dass Ansgar noch da ist ansonsten hätt ihr wahrscheinlich schon irgendetwas gesagt vielleicht oder hast du jetzt gedacht ach der ist Arschloch und ist gegangen ja kann auch sein Oh, oh, ich glaube, ich habe wieder eine Meinung. Hoffentlich ist das mal eine konstruktive Meinung. Oh, nee. Die war jetzt mehr so... Ich habe eine Meinung dazu. So, wie gesagt, die Wege werden noch schöner. Die Wege müssen schöner werden. Fick dich. Jetzt passt es. Testen. Wir wollen uns reinsetzen beim Testen. Nee, beim Testen nicht. In der ersten Runde. Oh, die ist gut. Stopp. Öffnen. Öffnieren. So, jetzt mache ich uns mal wieder aus. Ist noch überall draufgedrückt? Keine Ahnung. Irgendwas ist dein Weg. Ach nee, das geht da links, oder was? Warte mal. Too curious. Hä? Das ist eine Türe. Oh, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Mega cool. Wir sind begeistert. Äh, einsteigen. Einsteige. So, jetzt wäre es nur cool. Wenn mal wer fahren würde. Oh. Hallo. So, das sahen die alle. Alter. Das gibt's doch nicht. Er wartet auf den Halbbesetzt. Oh, jetzt steigen die wieder aus. Ja, weil sie dumm sind. Kann ich da noch Drachen hinsetzen? Nein. Oh. Diese Dinger sind cool. Jedes Mal, wenn du was änderst, steigen die Leute wieder aus. Richtig.